So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börser heute gemeinsam mit XTB hier am Donnerstag, den 30. November 2023, wo wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und wollen ganz besonders einen Blick werfen, meiner Einschätzung nach, auf Gold. Superspannende Price Action, haben wir schon die letzten Tage immer wieder auf dem Schirm gehabt und die aktuelle Konsolidierung, die wir zu sehen bekommen, mit Ausblick auf den heutigen PCE Price Index, der um 14.30 Uhr veröffentlicht wird und morgen den ISM Manufacturing zahlen. Das ist durchaus interessant, denn sollte es zu einem Break, sollte es sich wirklich um solch eine Konsolidierung handeln, ein Break unter Volumen laufen, so wie wir es gleich hier skizzieren werden, dann könnte das durchaus der Wegbereiter für einen Test der Allzeithochs, ein Push sogar auf neue Allzeithochs in den Wochenschluss in Gold sein. Und ausgehend hiervon ist das mit Sicherheit aktuell der spannendste Ort, an dem wir uns tummeln können und genau deswegen wollen wir in den wenigen Minuten hier einen entsprechenden Blick drauf werfen. Bevor wir beginnen, allerdings ganz offiziell zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Vision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, testen dann Risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignen. Und wenn man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit natürlich ein Live-Konto zu eröffnen, diesbezüglich alle Informationen auf der Webseite. Und darüber hinaus gehen natürlich auch gerne den Kunden Support, den deutschsprachigen hier im Berliner Büro kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich. Kurz an eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives News-Event. Ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die versprochenen Kontaktdetails. Berliner Büro von xdb. E-Mail-Adresse, wie es einem beliebt. xdb-Kurs als Broker vorgestellt. Bester CFD-Brokersjahr 2023 ausgezeichnet vom Brokerwahl. Die Gründe, die wir dazu geführt haben, findet ihr links hier einmal aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit die xStation. Und genau auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen. Und ich habe natürlich schon alles vorbereitet im Hinblick auf dieses mögliche Pattern. Auf dieses mögliche Wimpelszenario, Dreieckszenario. Ich weiß gar nicht genau, wie man es bezeichnet. Für mich ist das einfach nur eine saubere Konsolidierung auf eine insgesamt sehr, sehr vielversprechende Price-Action schon die letzten Tage. Und wir haben hier in Gold ja schon am Montag einen überraschenden Push höher zu sehen bekommen. Überraschend war es weniger, ehrlich gesprochen. Diese Ausbruchregion, die hatten wir schon in das Thanksgiving-Wochenende. Am Wochenende, letzte Woche, hatten wir die thematisiert gehabt. Gemeinsam mit den XDB-Kunden. Und der Break, der erfolgte dann gleich zum Wochenstart. Wir haben, und das war das, was mich halt wirklich interessiert hat, werden lassen. Deswegen vielleicht full disclosure an der Stelle. Ich habe eine kleine Long-Position Gold infolge dieses Breaks höher aufgebaut. Beziehungsweise eher des Haltens oberhalb dieser Ausbruchregion. Bin also aktuell Long-Positioniert in Erwartung eines Pushs in Richtung auf die Allzeithoß. Vielleicht, wie gesagt, nehme ich nochmal dazu, sollte sich die weiter positiv entwickeln. Und dergleichen für einen möglichen Breakout. Dann auf der Oberseite als Momentum, Add vielleicht oder dergleichen. Aber das aktuell einfach die Position, so wie sie sich darstellt. Und wir sehen dann hier aus dieser Konsolidierung den Break höher. Schon in die News-Events jetzt, also gestern die BIP-Zahlen. Dieser Break höher, der erfolgte schon bereits am Dienstag. BIP-Zahlen über der Erwartung reingekommen übrigens, 5,2%. Das ist also eigentlich etwas, was zeigt, naja, sehr, sehr restriktiver geldpolitischer Kurs an der US-Notenbank. Aber eigentlich eben dann auch, ob dieses oder trotz dieses geldpolitisch restriktiven Kurses keinen Wirtschaftseinbruch irgendwie nach sich ziehend. Was die Wahrscheinlichkeit wiederum erhöht, dass die Fed länger den Leitzins auf dem hohen Niveau verweilen lässt. Was eigentlich eher dann negativ für Gold wäre an dieser Stelle. Und trotzdem, also trotz dieser fundamentalen Entwicklung, hält Gold solide. Ist wie gesagt schon am Dienstag bereits auf der Oberseite bis zu 2050 Dollar gelaufen. Und jetzt gehen wir eben in diese relativ enge Konsolidierung. Wir sehen gestern kurz mal einen Versuch unter die 2040 zu brechen. Das hatten wir ja, glaube ich, auch thematisiert gehabt. Aber ein Break tiefer ist ausgeblieben. Ein nachhaltiger Bruch, sondern wir drifteten eher höher. Und wie gesagt, jetzt werden wir eben eng. Und genau dieses eng werden jetzt ist eben super interessant, weil heute dann ein Blick, Verzeihung, das war der falsche Tab, Kalender, der zeigt nämlich, dass heute der PCE Price Index veröffentlicht wird. Das ist ein Inflationsmessinstrument, welches bevorzugt von der US-Notenbank Fett herangezogen wird. Sollte das darauf hindeuten, dass die Inflation deutlicher rückläufig ist, als das, was der Markt jetzt suggeriert hat, beziehungsweise infolge der Verbraucherpreise begonnen hat einzupreisen, was mit Sicherheit seinen Teil dazu beigetragen hat, dass Gold weiter auf der Oberseite performt hat jüngst, dann wäre das durchaus realistisch. Ein fundamentaler Katalysator, ein News-Event, welches mit anziehendem Volumen den Break aus dieser Konsolidierung auf der Oberseite eben nach sich ziehen könnte. Schauen wir mal, wie sich da entsprechend die Konstellation darstellt. Wie gesagt, was ich ungerne sehen wollen würde, im Hinblick auf meine Position, wäre, dass wir unter die 2035 fielen. Stopp habe ich bis dato noch nicht auf dieses Niveau getrailt. Der steht aktuell Break-Even, also nahe, ich weiß gar nicht, wo das ist, irgendwo hier unten da so in den Gefilden. Also es hat einen ziemlich optimalen Entry, habe ich erwischt. Und die Sache ist jetzt jene, ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht immer ein kurzer Spike auf der Unterseite stattfindet. Also ein kurzer Flush-Out, Gold ist dafür bekannt auf News-Events ganz besonders, im Rahmen dann eines illiquiden Umfelds solche kurzen Wash-Outs eben kurz auf den Weg zu bringen. Und demnach wäre es natürlich extrem ungünstig, wenn du da mit deinem Stop sitzt und dann plötzlich den Bruch da tiefer siehst. Ganz blöd wäre natürlich, wenn wir jetzt dann richtig ausverkauft würden, logischerweise. Aber unterm Strich, wie gesagt, ich bin für das große Bild im Trade drin. Wenn es beim ersten Versuch nichts wird, dann wird es vielleicht beim zweiten was. Wir sehen, dass wir in dem Zusammenhang hier aus dieser Konstellation mit diesem projizierten Kursziel genau bei den Allzeithoßen und leicht drüber handeln oder landen. Wir haben insgesamt eine unglaublich starke Vorstellung jetzt auch zu sehen bekommen, nach diesem Run höher, auch dieser Curl-Up, der jetzt hier stattfindet mit diesem Break höher. Wenn wir uns das übergeordnet anschauen, wenn wir mal richtig stark rauszoomen, dann wird der eine oder andere jetzt auch in sozialen Medien konfrontiert, sich sehen mit Grafiken, die dann zum Beispiel sogenannte Cup-Handles thematisieren und dergleichen, wie auch immer man das bezeichnet. Das ist eine ultra starke Vorstellung in einem weiteren Hochzinsumfeld. Und ob es jetzt dann soweit ist oder ob es dann auch noch ein paar Monate braucht, darum geht es meiner Einschätzung nach gar nicht im Hinblick auf den langfristigen Ausblick für Gold. Ich gehe davon aus, dass wir einen ziemlich stark bullischen Lauf in den nächsten fünf Jahren zu sehen bekommen dürften. Und wie argumentiere ich das? Dazu möchte ich vielleicht einmal ganz kurz, das habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, aber just genau in diesem Moment kommt mir dieser Gedanke, will ich hier vielleicht einmal ganz kurz eine Grafik zeigen. Die hatte ich mal erstellt im Rahmen einer Präsentation, einer Analyse, die ich für XDB geschrieben hatte, schon Mitte des Jahres. Das war im Mai, Mai, Juni ungefähr muss das gewesen sein. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe einfach den Chart überlagert. Also hier sieht man den Monatschart, das ist das Gold-Wochenchart aus der X-Station und habe den überlagert mit den Leitzins-Niveaus. Ich habe versucht, das anzupassen, also ganz 100% akkurat ist das nicht. Das ist relativ billig gehalten, aber nichtsdestotrotz, es geht mir vor allem darum, dass man eine Idee bekommt, warum ich so bullisch für Gold bin, für die nächsten fünf Jahre ganz besonders. Und zwar von Trading Economics habe ich mir Leitzinszyklen angeschaut, zurückgehend bis ins Jahr 2020. Das kann man hier unten links sehen. Und jetzt ist die Überlegung folgende, dass ich sage, nun, was ist denn eigentlich passiert mit Gold? Wie hat Gold performt, wenn dann aus einem Leitzins-Tableau oder Plateau, was sich ausgebildet hat, dann ein Senkungszyklus eingeleitet worden ist. Und hier können wir an dieser Stelle erkennen, dass das nicht häufig vorkam in der Vergangenheit. Also wir sehen das hier dreimal, dreimal, einmal, zweimal, genau, drei Leitzinsungszyklen. Und die Performance von Gold war plus 170%, plus 272%, plus 153%. Also mehr als verdoppelt hier in diesem Zeitfenster von der Finanzkrise, geldpolitischer Exzess und dergleichen, dann durch die US-Notenbank, hat sich Gold sogar fast verdreifacht, vervierfacht sogar an dieser Stelle fast nahezu. Und unterm Strich scheint mir durchaus realistisch zu sein, dass wir vor einem erneuten, mega starken Bullrun stehen. Wir sehen diese Ausbildung dieser Hochs hier, potenzielle Breakout-Regionen. Und wenn wir jetzt ausgehend von diesen Performances über die letzten 20 Jahre einfach mal hier ungefähr eine Projektion ansetzen, dann kann ich mir realistisch mindestens eine Verdopplung, eher Verdreifachung des Goldpreises vorstellen. Wir kommen von rund 2.000 Dollar, dann landen wir irgendwo zwischen 5.000 bis 6.000 Dollar Kursziel. Und wenn man sich das eben entsprechend anschaut, das sind dann Perioden, da reden wir jetzt nicht mehr von kurzfristigen Trades. Also Mindtrade ist ein Swing-Trade, Mindtrade ist vielleicht ein Momentum-Add, auf der Oberseite für mehrere Tage vielleicht nochmal hinzuzunehmen. Da reden wir eben mal vom Ende der Dekade, dann 2028 bis 2030 ungefähr. Aber Gold in den Gefilden, 5.000 bis 6.000 Dollar, scheint da durchaus realistisch zu sein. Was natürlich dann parallel passieren wird, ist auch, dass das Brot ein bisschen teurer wird. Und das eventuell nicht nur sich im Wohlstand widerspiegelt, den man auf seinem Konto oder vielleicht in Form eines Goldbarren hat, den man im Safe gelagert hat, sondern eventuell dann auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss für die Essentials des täglichen Lebens. Aber anknüpfend an diesen Gesamtgedanken, auch im Gesamt, ich sag mal, nicht unübersichtlichen, aber unsicheren Umfeld, in dem sich vielleicht viele wiederfinden, die sich die politische Situation anschauen und dergleichen. Ich glaube, Gold als Beimischung seines Portfolios, als Absicherung seines Portfolios in der Größenordnung, 10% seines Vermögens, scheint mir nicht die schlechteste Wahl im derzeitigen Umfeld zu sein, vor dem Hintergrund dieser Konstellation, die ich gerade geschildert habe. Und wie gesagt, da sind wir jetzt allerdings dann schon bei Investmententscheidungen, Portfolio, Optimierungen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Kurzfristig sind wir jetzt erstmal hier in dieser engen Konsolidierung, in diesem Triangle, welches, wenn es aufgelöst wird, wird potenziell auf der Oberseite ein Kursziel, um die Allzeithochs und Höhe aktiviert in den Wochenschluss hinein. Schauen wir mal, ob sowas wird. Wir werden hier auf jeden Fall up to date bleiben. Happy Trading. Passt auf, die Stopps auf. Und morgen hören wir uns hier wieder zum Guten Morgen Börse am Freitag. Dann habt ihr euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.